Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema WhatsApp-Betrug. Hierzu hatten wir tatsächlich schon mal ein Video, allerdings ist wohl die Masche, tja, aktueller denn je. Betrüger treiben auf WhatsApp wieder einmal ihr Unwesen. Hunderte Menschen sind bereits betroffen, was die Polizei Betroffenen rät. Auf WhatsApp nehmen die Betrugsfälle immer mehr zu. Die Betrüger prellen ihre Opfer um tausende Euro. Die Polizei erneuert nun ihre Warnung, nicht auf die Täter hereinzufallen und zeigt Nachrichten, bei denen man hellhörig werden sollte. WhatsApp ist einer der beliebtesten Messenger-Diensten überhaupt. Doch die hohe Zahl an Usern sorgt leider auch immer wieder dafür, dass die App von Betrügern missbraucht wird, die gutgläubigen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen wollen. Aktuell schreiben Abzocker wieder auf WhatsApp ihr Unwesen. Die Nachrichten beginnen dabei oft gleich mit Hallo Mama oder Hallo Papa. Ich habe mein altes Handy verloren. Deshalb habe ich jetzt eine neue Nummer. Mit dieser Masche seien allein bis Juni 2022 in Norddeutschland fast 700 Fälle gemeldet worden, wie die Polizei aus Hamburg mitteilte. Auch aus anderen Regionen Deutschlands werden zahlreiche Fälle gemeldet. So berichtet die Polizei aus Kaiserslautern davon, dass täglich mindestens ein neuer Fall angezeigt wird. Vor kurzem habe eine Frau 5000 Euro an die WhatsApp-Betrüger überwiesen. Es ist schon Wahnsinn, dass das tatsächlich klappt. Aber hier wird tatsächlich auch mit der Not der angeblichen Kinder gespielt. Auch in Bayern haben die Fälle von Betrug über WhatsApp zugelegt und deutlich zugenommen. Die Polizei aus Oberfranken veröffentlichte deshalb erneut eine deutliche Warnung und zeigt auch, wie mögliche Nachrichten aussehen könnten. Hallo Mama oder Hallo Papa, mein Handy ist kaputt. Hier meine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen. Kannst du mir aushelfen und eine Rechnung für mich begleichen? Ich zahle dir das auch ganz schnell zurück. Das hier sind jetzt die einfachen Beispiele von der Polizei. Sicherlich wird diese Masche auch zum größten Teil viel komplexer stattfinden. Natürlich, der Anfang, der wird schon so hinhauen. Mit, mein Handy ist kaputt. Hier ist meine neue Nummer. Die alte kannst du löschen. Das glaube ich so erstmal. Nur, man fängt natürlich nicht an, in dem ersten Satz direkt über eine Rechnung zu sprechen. Und dass die Familie die für einen begleichen sollte. Ich gehe davon aus, dass diese Masche natürlich schon irgendwo ein bisschen komplexer ablaufen wird. Erstmal mit Smalltalk. Grundsätzlich sollte man dann natürlich darauf achten, wenn jemand euch nach Geld fragt. Auch aus der Familie. Aber eigentlich sollte das schon logisch sein. Wenn es ums Geld geht und gerade auch um größere Summen, sollte man auf keinen Fall mit einer neuen Telefonnummer hier in den Austausch treten. Und an eine neue Nummer irgendwie Geld überweisen. Da sollte man das Familienmitglied schon etwas länger im Handy haben und auch die Nummer kennen. Eigentlich logisch. Dem Anschein nach wohl heutzutage nicht mehr. WhatsApp-Abzucke. So gehen die Betrüger vor. Die Masche ist so einfach wie effektiv. Betrüger geben sich, wie bereits beschrieben, als nahe Verwandte oder Freunde aus, die ihr Handy verloren haben und nun dringend Hilfe und Geld brauchen. Anschließend bitten sie etwa um die Zahlung einer Rechnung, weil das eigene Online-Banking angeblich auf dem neuen Handy noch nicht funktioniert. Überweist man das Geld, um dem vermeintlichen Freund in der Not zu helfen, sieht man es meistens nie wieder. Aber es gibt auch noch andere Tricks neben dem Enkeltrick. So gibt es Fälle, in denen Opfer von vermeintlichen Polizisten angerufen wurden oder sie wurden über Gewinne bei Gewinnspielen informiert, an denen sie mehrmals teilgenommen haben. Auch ein häufiger Trick. Falsche Polizisten fordern Kaution für nahe Familienangehörige. Also angeblich ist jemand aus der Familie in eine Straftat verwickelt und hier soll man eine Kaution bezahlen, um das Familienmitglied wieder freizulassen. Ich glaube, das ist eher eine Masche, die hauptsächlich in Amerika funktioniert. Scheinbar scheint das aber auch gerade nach Deutschland zu schwappen. Zumindest laut Berichten der Polizei. Sollte man eine solche Nachricht bei WhatsApp erhalten, rät die Polizei dazu, direkt den Kontakt zu dem Verwandten oder Bekannten über die Alte, also über bekannte Wege zu suchen und gar nicht erst darauf einzugehen. Im Idealfall sollte man die Nummer gleich blockieren. Beziehungsweise sich natürlich vorher auch merken und damit direkt zur Polizei gehen. WhatsApp-Nummern sind in der Regel über eine Handynummer registriert und die wiederum ist auf eine Person registriert. Das heißt, hier sollten die Ermittlungen nicht unbedingt ins Leere verlaufen. Sofern es eine deutsche Telefonnummer war. Im Ausland gelten hier natürlich wieder andere Gesetze und Regeln, die daran vorbeischrammen könnten, sodass die Betrüger wieder aus der ganzen Nummer, ohne nachverfolgt werden zu können, rauskommen. Wenn man hier das Geld bereits überwiesen hat, sollte man sich definitiv an seine Bank wenden, um die Überweisung möglicherweise noch zu stoppen. Allerdings hat man das Geld selbst überwiesen, ist das fast unmöglich. Das funktioniert, wenn man Glück hat, vielleicht übers Wochenende, wenn dann für dieses Konto tatsächlich auch noch eine Wochenend-Hotline geschaltet ist. Banken überweisen ja, wie man das kennt, nicht am Wochenende, sondern nur werktags, also von Montag bis Freitag. Samstag und Sonntag passiert in der Regel nichts bei einer Überweisung und das bleibt erstmal als offen stehen. Ja, aber eine Garantie gibt es da leider nicht, auch wenn die Polizei hier das Ganze anders schildert. Tja, in der Realität ist es fast unmöglich, sein Geld irgendwie nochmal zurückzuholen, sofern man es, also diese Überweisung, selbst angewiesen hat. Da ist das Geld in der Regel weg. Es ist schon Wahnsinn, wie viele verschiedene Betrugsmaschen es insgesamt gibt. Aber auch gerade bei WhatsApp muss man wirklich extrem aufpassen. Viele ältere Menschen nutzen WhatsApp relativ, ja frisch, noch nicht ganz so lange. Natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel, man kann nicht alle Menschen über einen Kamm scheren. Aber grundsätzlich sollte man sich bewusst sein, wenn ich über WhatsApp kontaktiert werde oder eben auch per SMS, also alles, was jetzt hier zu WhatsApp von mir erzählt wurde, kann man natürlich auch eins zu eins auf SMS übertragen. Grundsätzlich, wenn euch eine fremde Nummer anschreibt, ignoriert das erstmal. Ein Familienmitglied wird euch in der Regel anrufen. Sollte man sich nicht sicher sein und hier eine Nachricht in WhatsApp bekommen haben und man, ja, es ist vielleicht möglich, dass sich ein Familienmitglied in Not befindet, ruft die Nummer direkt an. Oder schreibt nur zurück, dass ihr angerufen werden möchtet, dann kann euch da am allerwennigsten passieren. Sind dann noch Zweifel an dem Ganzen, blockiert die Nummer, löscht alles weg und ignoriert das Ganze. Vielleicht das Ganze noch zur Anzeige bringen, ist vielleicht nicht ganz verkehrt. Ich hoffe, dass ich euch mit diesem kleinen Infovideo wieder ein bisschen weiter aufklären konnte und dass niemand von euch oder eurem Umfeld auf diese oder eine andere Masche hereinfällt. Informiert daher, sehr gerne alle in eurer Umgebung, dass es diese Maschen gibt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso weniger Menschen werden von diesen gemeinen Maschen eben auch betroffen sein. Klar ist, dass wir leider nicht immer alles schützen können. Und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen werden, wie man auf so etwas hereinfallen kann. Allerdings gibt es sie, die Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal hier gibt. Wenn du magst, unterstütze doch gerne den Kanal mit einer Kanalmitgliedschaft. Den Button findest du direkt unter dem Video. Mitglied werden. Oder unten in der Videobeschreibung, dort findet ihr den Link auch nochmal direkt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.